»Hat es Feuer gegeben, Charlie?« Sie konnte nicht sprechen, aber sie nickte. Tränen liefen ihr über die Wangen. »Oh mein Gott«, flüsterte Andy und erhob sich mühsam. Das war Charlie zu viel. Sie fing hemmungslos an zu schluchzen. Ein Haufen Leute hatte sich vor der Damentoilette versammelt. Die Tür war geöffnet, aber Andy konnte nichts erkennen. Und dann sah er es doch. Die beiden Sicherheitsbeamten, die dorthin gelaufen waren, führten einen kräftigen jungen Mann in Armeeuniform aus dem Waschraum zu ihren Diensträumen hinüber. Der junge Mann beschimpfte sie laut, und was er sagte, war ausgesucht vulgär. Unterhalb der Knie war seine Uniform kaum noch vorhanden, und er trug zwei tropfnasse schwarze Gegenstände in der Hand, die einmal Schuhe gewesen sein mochten. Dann verschwanden die Männer im Büro und ließen die Tür hinter sich zuschlagen. Aufgeregtes Raunen entstand in der Halle. Andy setzte sich wieder und legte seinen Arm um Charlie. Das Denken fiel ihm jetzt schwer. Seine Gedanken waren wie winzige, silbrige Fische, die in einem großen, schwarzen Meer pochender Schmerzen umherschwammen. Aber er musste tun, was er nur irgend konnte. Er brauchte Charlie, wenn sie aus ihrer jetzigen Lage herauskommen wollten. Ihm ist nichts passiert, Charlie. Es ist alles in Ordnung. Sie haben ihn nur ins Sicherheitsbüro gebracht. Und nun erzähl, was ist geschehen? Unter Tränen, die langsam versiegten, berichtete Charlie, dass sie den Mann am Telefon hatte sprechen hören, dass sie sich ein paar beiläufige Gedanken über ihn gemacht und geglaubt hatte, er belüge das Mädchen, mit dem er gesprochen hatte. Und dann, als ich zu dir zurückkam, sah ich ihn, und bevor ich's aufhalten konnte, passierte es ihm. Ich konnte's nicht ändern. Ich hätte ihn verletzen können, Daddy. Ich hätte ihn schwer verletzen können. Ich hab ihn in Brand gesteckt. Sprich nicht so laut, sagte er. Ich will, dass du mir zuhörst, Charlie. Ich finde, dies ist das Schönste, was seit einiger Zeit passiert ist. Wirklich? Sie sah ihn ungläubig und überrascht an. Du sagst, du konntest es nicht aufhalten, sagte Andy, und jedes Wort kostete ihn Anstrengung. Und so war es auch. Aber nicht wie sonst. Diesmal war's nur ein kleines bisschen. Es war zwar gefährlich, Hanni, aber du hättest ihm ja auch die Haare in Brand setzen können. Oder das Gesicht. Der Gedanke ließ sie entsetzt zusammenzucken. Behutsam drehte Andy ihr Gesicht, sodass sie ihn wieder ansah. Du tust es unbewusst. Und es trifft immer jemanden, den du nicht magst, sagte er. Aber du hast ihn nicht wirklich verletzt, Charlie, du … Er wusste nicht mehr, was er sagen wollte, und nur die Schmerzen blieben. Redete er immer noch? Einen Augenblick lang wusste er nicht einmal das. Charlie merkte, dass dieses Böse immer noch in ihrem Kopf herumraste und heraus wollte, um etwas anderes zu tun. Es war wie ein kleines, bösartiges und ziemlich dummes Tier. Ich hoffe, euch hat die Hörbuchvorstellung gefallen. Bitte gebt einen Daumen nach oben, denn das hilft dem Kanal. Falls ihr das Hörbuch schon gehört habt, dann schreibt doch einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Dieses Hörbuch gibt es jetzt kostenlos im Probeabo. Schaut in die Infobox, dort findet ihr Links und weitere Hinweise. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert.